In der Mathematik geht es immer mal wieder darum, Formeln umzustellen, so auch zum Beispiel die Formel zur Innenwinkelsumme. Die siehst du hier, w ist gleich, Klammer auf, n minus 2, Klammer zu, mal 180 Grad. Diese Formel soll einmal nach n aufgelöst werden, also nach der Anzahl der Ecken. Und wie man so eine Formel auflöst, genau das zeige ich dir in diesem Video. So, erster Schritt, wir müssen die Klammer beseitigen. Das heißt, wir multiplizieren das Ganze aus. Funktioniert folgendermaßen, wir haben hier einmal das n, das müssen wir mit 180 Grad multiplizieren und wir haben auch eine 2 hier, ich nehme mal eine andere Farbe, beziehungsweise minus 2, die müssen wir ebenfalls mit 180 Grad multiplizieren. Machen wir doch mal. Also Winkelsumme ist gleich n mal 180 Grad minus 2 mal 180 Grad. 180 Grad verdoppelt sind 360 Grad. Die können wir jetzt auch addieren, um sie hier wegzubekommen, also plus 360 Grad. Also w plus 360 Grad ist gleich n mal 180 Grad. Und jetzt stören uns noch die 180 Grad auf der rechten Seite. Daher teilen wir durch diese. Also haben wir w plus 360 Grad Grad durch 180 Grad durch 180 Grad ist gleich n. Das Ganze kann man auch ein bisschen anders noch schreiben. Und zwar w durch 180 Grad plus 360 Grad durch 180 Grad ist gleich n. Und das hier, kürzt sich raus. Das hier kürzt sich raus. Das ist einfach 2. 360 durch 180 ist einfach 2. Und das Grad fliegt dabei raus, kommt im Zähler und im Nenner vor. Also n ist gleich w durch 180 Grad plus 2. Das ist die Gleichung nach n aufgelöst. Mehr zur Innenwinkelsumme findest du entweder in der n-card oder auf meinem Kanal.